. Imagine you are at the checkout at the supermarket and you take your cash card, you get something like 35 euros to pay. Stellt euch vor, ihr seid im Supermarkt und wollt was bezahlen, zum Beispiel für 35 Euro und ihr legt eure Karte auf das Terminal, es piept und es funktioniert. Aber wie funktioniert diese Near-Field-Communication? Was geschieht auf den Protokollleveln? Die Antworten hört ihr gleich von Simon Eumes. Das ist ein Mitgründer von PayWorks, eine Firma, die sich auf Zahlungsterminals spezialisiert. Simon hat Informatik studiert in München, in San Francisco und in Los Angeles. Also lasst, heißt ihn herzlich willkommen für seinen Talk, Kontaktlose Zahlungen dekodiert. Vielen Dank. Große Menge. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Heute möchte ich über kontaktlose Zahlungen reden und wie wir vom Reinstecken der Karte zu Tapping, Anfassen einer Karte und am Ende sogar nur Anfassen eines Smartphones kommen. Und ich werde keine Sicherheitsrisiken exposen, freistellen, aber ich werde stattdessen auf den aktuellen Status fokussieren. Wie funktioniert eine kontaktlose Zahlungstransaktion? Wie funktioniert Apple Pay? Wie funktioniert Android Pay? Und was gibt es noch? Warum funktioniert es nicht, dass ich meine Karte auf mein Handy klonen kann? Weil der Chip soll das eigentlich verhindern. Nur für einen kleinen Überblick und Hintergrund, woher das kommt. Ich arbeite bei PayWorks, wo wir so ein Gateway betreiben und wir entwickeln Werkzeuge, um solche Zahlungstransaktionssoftware einfacher zu integrieren. Und dabei bin ich verantwortlich, neue Terminals einzubinden. Und passend zum Motto des Kongress TUBAT möchte ich jetzt was tun und euch zeigen, was ich dabei gelernt habe. Also legen wir los. Wahrscheinlich hat jeder hier im Raum schon mal kontaktlose Zahlungen mitbekommen oder sogar benutzt. In Deutschland ist die Adaptionsrate leider ziemlich gering. Normalerweise kriegt man eine neue Karte irgendwann von seiner Bank. Und selbst wenn man die Karte hat, braucht man erstmal so ein Terminal, was fähig ist, das zu verstehen. Und normalerweise guckt einen der Kassierer dann an und fragt sich, was da los ist. Manchmal funktioniert es und man kriegt seine Sachen, aber es sind immer Überraschungen. Was wir uns heute anschauen, ist erstmal, wie ist so der Aufbau von einer kontaktlosen Zahlung. Dann schauen wir uns an, wie man das eigene Smartphone verwenden kann, um eine Karte zu simulieren. Da möchte ich auch darüber reden, wie man Zahlungen sicherer gestalten kann oder auch generell im E-Commerce-Bereich. Und da haben wir eigentlich schon alle Informationen, um uns Apple Pay und Android Pay anzuschauen. Und am Ende möchte ich noch kurz einen Ausblick geben, wie ich mir vorstelle, was die nächsten Schritte sind in der Entwicklung der kontaktlosen Zahlungen. Also gucken wir uns die kontaktlosen Zahlungen an. Das ist eine recht neue Technologie. Eigentlich war es state of the art, aber trotzdem ist es relativ neu. Und die Workflows und die Abläufe von chipbasierten Zahlen wird eigentlich nur auf das kontaktlose übertragen. Und das war es schon. Also ich werde mich in zu großes Detail einstechen. Im 20. CTC hat er nämlich um, da hat er sich solche Zahlungen angeschaut und auf dem niedrigsten Level der Protokolle nachgeforscht, was für Elemente da involviert sind. Für uns ist es wichtig, uns anzuschauen, wer da alles beteiligt ist in so einer Transaktion. Das ist nicht nur so bei einer kontaktlosen Transaktion, sondern auch bei Chipkarten-Transaktionen. Da sind immer die gleichen Leute beteiligt. Also, du hast natürlich dich selbst, der was kaufen möchte, mit einer Kreditkarte. Die Karte wurde links unten, die von der Bank überreicht. Und das wird die Aussteller genannt, weil die Bank dir die Karte ausgestellt hat. Und der Händler, der hat einen Laden und der möchte Kreditkartenzahlungen empfangen. Aber nur das Terminal zu haben, das bringt dir noch nichts. Man braucht auch einen Händler-Account in seiner eigenen Bank, wo das ganze Geld dann draufkommt. Und das nennen wir hier den Erwerber. Also wir haben die zwei Seiten. Und die beiden Seiten müssen zusammengebracht werden. Also wir wissen, was wir benutzen. Das ist ein Netzwerk. Bezahlungsnetzwerke. Zum Beispiel Visa, Mastercard, American Express, welche es eben gibt. Und die verbinden die Aussteller und die Händler. Jetzt, wo wir wissen, wer da eigentlich beteiligt ist, gucken wir uns mal an, was für Schritte man durchläuft. Bevor man so eine Transaktion machen kann, braucht man natürlich die Karte. Also das ist der Kartenausstellungsprozess. Und der Händler braucht natürlich auch sein Terminal, wo das angemeldet wird, konfiguriert wird, installiert wird. Und es wird eingestellt, welche Karten akzeptiert werden dürfen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich eine Transaktion machen möchten. Und das geht in drei Phasen voran. Also erstmal hält man seine Karte dahin, dann macht das Terminal selber was, guckt, ob das alles in Ordnung ist, evaluiert es. Und danach wird es online gehen und dem Netzwerk zu dem Aussteller in der Karte reden und schauen, ob du genug Geld dafür hast. Und wenn das okay ist und alles in Ordnung ist, dann wird die Zahlung genehmigt. Wir haben noch einen separaten Teil, der aber für uns nicht so wichtig ist, nämlich die Auflösung der Zahlung. Also dass dann am Ende das Geld übertragen wird. Aber das ist für uns nicht relevant. Also stellt euch mal vor, ihr lauft in einen Laden und zahlt mit eurer Karte. Und der Betrag wird euch im Terminal angezeigt. Und du als Käufer hebst deine Karte auf das Terminal. Und in dieser Phase merkt das Terminal, okay, ich habe eine kontaktlose Karte. Und weißt du ungefähr, was das für eine Karte ist. Das ist eine Visa-Karte, Mastercard, was sonst was. Zuerst, bevor er weitermacht, aktiviert er einen speziellen Körnel. Ein Körnel, das ist eine Implementierung von einem Payment-Workflow. Also zum Beispiel hat Visa einen anderen Ablauf, wie mit der Karte gesprochen wird, als Mastercard. Das war alles viel einfacher bei einer Chip-Transaktion, weil es nur ein Körnel war. Mittlerweile haben wir sieben oder acht Körnel und jeder hat eben seine eigene Funktion. Nachdem der Körnel geladen wurde, handelt der Körnel die Transaktion aus, also die Kommunikation zwischen der Karte und dem Terminal. Jetzt kommt der nächste Schritt, wo das Terminal die Karte fragt nach einigen Daten, die es dafür braucht. Zum Beispiel die Account-Daten, wie Ablaufdatum, ID, das ist wichtig, um es nachher der Bank zu sagen. Weiterhin kriegt man eine Signatur, die jedes Mal generiert werden und das erlaubt dem Terminal zu überprüfen, ob das eine echte Zahlungskarte ist. Und die Karte erzeugt aber auch einen Kryptogramm, also einen kryptografischen Hash, was nachher dem Aussteller erlaubt, zu überprüfen, ob die Transaktion jetzt gerade aktuell ist. Und man nicht einfach nur eine alte wieder zahlen möchte. Danach kann man jetzt die Karte wegnehmen. Und das ist schon der große Unterschied. Bei einer Kontakttransaktion muss die Karte so lange drinstecken, bis die Transaktion fertig ist. Und hier kannst du sie schon wegnehmen. Und du tust sie nicht aus Versehen irgendwie halb rausziehen und es wird abgebrochen und so weiter. Also es ist viel angenehmer zu nutzen. Das nächste, was wir uns angucken, ist, was am Terminal passiert. An dieser Stelle macht nur das Terminal irgendwas. Wir gucken als erstes an, ob diese Karte vielleicht gar nicht angenommen werden soll an dieser Stelle. Zum Beispiel, weil die Karte nur in einem ganz bestimmten Heimatland sein soll, aber es ist nicht das Land ist. Es könnte auch sein, dass es eine Karte ist, die nur an einem Geldautomaten funktionieren soll und nicht bei Händlern verstehen soll. Und so etwas müssen wir eben zuerst ausschließen. Im nächsten Schritt verifiziert der Terminal die Authentizität der Karte. Dafür gibt es eine öffentliche Schlüsselaustauschinfrastruktur mit einem Routzertifikat. Und darunter haben wir eine Certifying Authority vom Aussteller der Karte und dann gibt es natürlich Zertifikate, die auf der Karte drauf sind, selber drauf sind. Und während wir Daten lesen, während wir diese signierten Daten bekommen und öffentliche Schlüsselinfrastruktur benutzen, kann das Terminal gucken, ob die Zertifikate, die von der Karte erstellt wurden, sind, ob das von einer Identität erzeugt wurde, die irgendwann mal unterschrieben wurde, also signiert wurde. Und dann gibt es natürlich als letztes die Verifikation des Kunden. Am Ende fragt man nach einer, wenn man in den Supermarkt geht, dann fragt man manchmal nach einer Unterschrift oder einem PIN. Wenn man kontaktlos bezahlt, dann unter einer gewissen Schwelle muss man das nicht machen. Aber man geht trotzdem durch diese Phase durch. Sehr wahrscheinlich, insbesondere bei zahlungslosen Sachen, sollte man eigentlich nochmal online gehen und gucken, ob es diesen Account wirklich gibt und ob da auch das Geld drauf ist, was ich von ihm bekomme. Und dann fängt das Terminal an, eine Reihe von Transaktionen und Hops zu machen. Zum Beispiel die Account-Daten zu schicken und das Kryptogramm an die tatsächliche Bank, die das Geld anfragt. Und die anfragende Bank schickt es dann an das globale Payment-Bezahlungsnetzwerk. Und aufgrund der Nummern auf der Kreditkarte kann man den tatsächlichen Aussteller finden. Und dann kriegt der Aussteller sozusagen diese Daten und das Kryptogramm und kann dann verifizieren, dass das eine tatsächliche Transaktion gemacht wird von der Karte, die er ausgestellt hat. Und dann kann er überprüfen, ob das Geld tatsächlich da ist und kann hoffentlich die Transaktion bestätigen. Und dann geht es natürlich vom unteren Ende zurück zum Terminal als erfolgreich angenommen und du kannst dein Zeug bekommen und den Laden verlassen. Okay, das ist ungefähr, was an einer ganzen Transaktion passiert als Einheit. Jetzt rede ich ein bisschen über die Daten, die da ausgetauscht werden. Ich denke, das ist sehr interessant, um zu sehen, was da auf deiner Kreditkarte drauf gespeichert wird. Zum Beispiel, also ich kann euch wieder diesen Talk von vorhin empfehlen, da gibt es weitere Informationen. Aber was du im Wesentlichen kriegst, sind Account-Informationen. Zum Beispiel die Kreditkartennummer, die Account-Nummer. Man kriegt auch noch ein anderes Datenelement, was normalerweise da drauf sein würde, wenn man normale Netzwerke hätte. Es gibt nämlich auch noch Netzwerke, die nur diese Sachen übertragen. Und damit es sozusagen abwärts kompatibel ist, gibt es das immer noch. Außerdem kriegt man auch das Ablaufdatum, man kriegt Verifikationsinformationen auf der Karte, welche Verifikationsmöglichkeiten sollen unterstützt werden, hat das Terminal ein PIN-Pad, werden wir Unterschriften akzeptieren, sowas halt. Und dann kriegt man auch noch eine Referenz auf die Certifying Authority, der Karten-PKI. Man kriegt den öffentlichen Schlüssel der Karte selbst und die signierten Daten, ob die Transaktion gültig ist. Man hat auch noch andere Daten, neben den Karten-Informationen, Geld und Menge natürlich, also Zahlungshöhe. Das sind natürlich sehr wichtige Informationen in einer Transaktion. Und dann gibt es noch Datum und Uhrzeit und das Kryptogramm, was dem Aussteller der Karte erlaubt zu verifizieren, dass es tatsächlich Inhaber dieser Karte war. Ja. Und das wird alles in einer Transaktion genutzt. Das Format, das Protokoll, was genutzt wird für die Kommunikation zwischen der Karte und dem Terminal, ist ISO 7816, das spricht normalerweise zwischen Kartenleser, jedem Kartenleser und einer Chipkarte. Und die Payload ist ISO 8583, da kann man sozusagen noch mehr oder weniger Daten dazu machen. Und wir werden dann gleich nochmal über die Kommunikation zwischen dem Terminal und dem Erwerber oder Einheiten danach sprechen. Das sind dann meistens die ISOs 8583, Entschuldigung, ich habe mich vorhin vermacht. Das ist ein Bitmap-basiertes Format. Da gibt es ganz seltsame Bitmap-Kombinationen und es macht wirklich keinen Spaß, das auseinanderzunehmen. Wenn man da eine gültige Nachricht schicken möchte, das rettet einem Schmerzen. Okay, wenn wir das vergleichen, näher fehlt Kommunikation mit dem üblichen ECC. Warum sollte ich das machen, was ist der Vorteil? Normalerweise hat man viel schnellere Transaktionszeiten. Es gibt Zeitgrenzen, wie schnell eine Karte in einem Terminal interagieren muss in der ersten Interaktionsphase. Und du kannst dann die Karte sofort danach wegnehmen und das geht normalerweise innerhalb von einer Sekunde. Man kriegt außerdem noch Vorteile bezüglich der Verifikationsmethoden und Limits, Grenzen. Sie haben neu entdeckt, was wir schon kannten, ein No-CVM. Also man muss keine Unterschrift oder PIN nachweisen, wenn das unter einer gewissen Summe bleibt. Am Ende war es wahrscheinlich einfach dazu eingeführt, dass es für dich als Kunde einfacher wird, diese kontaktlose Zahlung zu benutzen. Aber wir haben natürlich die Abwärtskompatibilität und deswegen müssen wir zwei Operationsmodi vorhalten. Also wir haben die EMV-Methode, die sozusagen ECC upgradet, dass wir NFC benutzen können. Und dann gibt es noch die Sachen, die wir aus den alten Tagen in den Staaten kennen und in anderen Ländern. Dort werden andere Informationen übertragen. Also jetzt haben wir gesehen, wie eine kontaktlose Zahlung gemacht wird, welche Schritte durchgangen werden, was wir dafür brauchen an Daten. Jetzt wollen wir darüber reden, wie können wir wirklich ein Handy, eine Karte simulieren lassen. Nicht jeder sollte einfach in der Lage sein, das zu machen. Ich will nur meine Karte auf meinem Handy haben und das war's. Und es gibt zwei verschiedene Arten, wie man das machen kann. Die erste davon ist das Secure Element, ein sicheres Bauteil. Das ist ein Enclave, ein Tresor, die einmal die Information bekommt und nur verifiziert herausgibt. Also deine normale Karte ist eigentlich ein Secure Element, aber heutzutage haben wir auch Handys mit sowas. Also wenn wir uns das Videos anschauen mit Secure Elements, was müssen wir tun, um dem Sicherheitselement die Information zu geben? Wir haben das Smartphone mit diesem Secure Element, was irgendwann diese Information bekommt, das braucht, um diese Karte zu emulieren. Und wir haben diesen sogenannten Trusted Service Manager, also den vertrauenswürdigen Service Verwalter. Und das ist auch eine Einheit, die normalerweise deine Karte initialisiert. Und es besitzt die ganzen Keys, mit denen man diese Tresor verwalten kann. Und diese Entität ist diesmal auch wieder zu deinem Handy verlinkt und hat die Möglichkeit, da Informationen reinzuladen. In der Vergangenheit haben wir schon gesehen, dass SIM-Karten solche Secure Elements haben. Und da war aber dein Netzwerkverwalter, dein ISP, dieser Trusted Service Manager. Und jetzt haben wir einen neuen Versuch mit dem Handy, mit einem Teilnehmer, diesem Trusted Service Manager. Und davon gibt es aber nicht nur einen, sondern es gibt einige. Und der, der dein Handy initialisiert, ist nicht unbedingt der gleiche, der auch deine Kreditkarte initialisiert, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Das sind eben die beiden Spiele, die hier wichtig sind. Wenn wir uns anschauen, wie man die Daten in das Sicherheitselement reinbekommt. Also du möchtest, wenn du eine Transaktion machen möchtest, dann musst du es schon davor drin haben. Aber die meisten von euch haben wahrscheinlich schon eine Karte. Also das hier passiert vor der ersten Transaktion und danach kannst du so viele machen, wie du möchtest. Wenn wir uns anschauen, wie das abläuft. Also das ist so, dass du als ein Benutzer deine Kreditkartennummer ins Smartphone eingibst oder ins QR-Code abliest. Und die App auf deinem Smartphone redet dann mit dem Trusted Service Manager. Kriegt die Information, hey, ich möchte jetzt mein Handy mit dieser Karte ausstatten. Und der Trusted Service Manager hat eine Verbindung zu deiner ausstellenden Bank. Und die Bank, also du sagst dann, ich möchte meine Karte zu diesem speziellen Handy hinzufügen. Und das Erste, was der Ausgeber dann macht, ist, er redet mit dir als dem Besitzer der Karte. Und fragt, hey, da möchte jemand deine Karte verwenden auf dein Handy. Bist das wirklich du? Willst du das machen, ist es okay? Und solange du nichts machst, also du musst es wirklich bestätigen, passiert erstmal nichts. Und wenn du es beschädigst, dann kriegt der Trusted Service Manager diese kryptografischen Schlüssel, die dann in das Sicherheitselement eingefügt werden, was dann in deinem Handy geschieht. Und von dann an kann dein Handy diese Karte emulieren. Und damit eine Transaktion ausführen, an einem kontaktlosen Kreditterminal. Am Anfang habe ich über Cloning geredet, aber das ist nicht wirklich das Gleiche. Was wir eigentlich machen, ist, wir erzeugen eine weitere Karte, die diesem Sicherheitselement hinzugefügt wird. Und dieses Sicherheitselement muss unterscheiden, äh, das Terminal muss unterscheiden, machen wir eine Transaktion mit einer Karte oder mit einem Handy, das mit dieser Information bestückt ist. Und jetzt haben wir auch noch ein Handy im Spiel, nicht nur die dumme Karte, sondern diese schwarze Magie in der Hand. Und das hat auch andere Sensoren, zum Beispiel biometrische. Und auch die richtige Person hoffentlich, die das Smartphone benutzt. Also hat man quasi eine weitere Verifikationsmethode hinzugefügt. Also die On-Device, also auf dem Gerät, Verifikation. Und die von euch, die schon mal Apple Pay benutzt haben, das ist der Moment, wenn du deinen Homebutton mit deinem Finger berühren musst, um deinen Fingerabdruck zu lesen. Das ist quasi eine Sicherheitsmaßnahme von dem Gerät, dass die richtige Person das Handy benutzt. Wenn wir über die Daten reden, die in dem Secure Element sind, dann ist es quasi das gleiche, als wärst du, also das Handy, eine NFC-Karte, eine Chipkarte, die von deiner Bank ausgehändigt wurde. Am wichtigsten enthält es auch symmetrische und asymmetrische Keys, die benötigt werden, um diese signierten Daten und Kryptogramme zu erstellen. Das ist der Teil, der den gleichen Sicherheitslevel herstellt, wie wenn man eine Karte verwenden würde. Das bringt dich auf den gleichen Sicherheitslevel, weil es die gleiche Verifikationsmethoden benutzt. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber nicht jeder hat ein Smartphone mit einem Sicherheitselement in sich, was auch noch von allen Herstellern, Ausstellern unterstützt wird, vertraut wird. Und deswegen gibt es noch eine andere Möglichkeit, um ein Smartphone in die Lage zu versetzen, als Karten-Provider zu agieren, und das heißt Host-Card-Emulation. Wir haben also irgendein Smartphone auf der einen Seite, also es muss natürlich NAFIT-Kommunikation haben, also NFC, aber ansonsten keine weiteren Anforderungen, und dann das traditionelle Bezahlungsnetzwerk und die Aussteller dahinter. Was hier passiert ist, dass dein Telefon nicht länger diese die gültigen kryptographischen Key-Schlüssel bekommt, sondern nur noch einmal Schlüssel bekommt. Also im Prinzip ein Buch voller Schlüssel, die man dann für ein paar Transaktionen benutzen kann, aber die man dann nicht für wiederholte Transaktionen benutzen kann. Wie mit dem Sicherheitselement möchte man eine Transaktion machen, mit diesen neuen Informationen, die angeboten worden sind. Also diese Host-Card-Emulation muss natürlich stattfinden, bevor die Transaktion stattfindet. Und im Gegensatz zum Sicherheitselement bekommt man aber nur Informationen, die man ein paar Mal benutzen kann. Also man braucht eine dauerhafte Netzwerktransaktion, um immer wieder Transaktionen auszuführen. So sieht das am Ende aus. Man gibt die Kreditkarteninformationen in das Handy ein wieder. Man kann sie scannen oder man tippt sie ein, wie auch immer. Das geht direkt an die Zahlungsnetzwerke. Da gibt es keinen vertrauensbedingten Service-Manager mehr da. Und dann abhängig von der Möglichkeit, die man benutzt, wird entweder das Bezahlungsnetzwerk selber diese Einmalschlüssel generieren, die diese Zahlung ermöglichen oder sie schicken das weiter an den Hersteller der Karte und die generieren dann diese Einmalschlüssel, diese begrenzten Schlüssel und die werden dann wieder nach oben durchgegeben bis zu deinem Telefon. Aber die Daten, die du erhältst, sind nicht wirklich in einem Sicherheitselement gespeichert, sondern in den Anwendungsdaten deiner Anwendung. Also wenn man die beiden Methoden miteinander funktioniert, HCE, also HCE gegenüber SE, dann sieht man einen Vorteil von HCE, man braucht keine wirklich sichere Umgebung. Aber wenn du es hast, kannst du es trotzdem benutzen. Also man kann auch zum Beispiel seine einmaligen Schlüssel in dieser Sicherheitsumgebung packen. Man bekommt aber natürlich nur ein paar Schlüssel, die man sozusagen in der App gespeichert hat, die man dann immer mal wieder erneuern muss. Und das ist dann auch der Haken. Was passiert eigentlich, wenn dein Telefon kein Empfang hat und du möchtest ein paar Transaktionen machen? Wenn du deine begrenzte Anzahl von Schlüsseln verwendet hast, um Kryptogramme für Transaktionen zu erzeugen, dann hast du keine Schlüssel mehr. Also du musst zumindest immer mal wieder eine Netzwerk Verbindung haben, um neue Anzahl von Schlüsseln zu erhalten, die du dann verfügbar hast. Man kann HT auch als einen großen Zug der Industrie sehen, dass das das Bezahlungsnetzwerk bietet jetzt SDKs an, damit App-Entwickler solche Sachen entwickeln, um die Netzwerkkommunikation irgendwie aufzubauen und vorgefertigte Schlüsselstellen zu erstellen, die man benutzen kann. Also jede Transaktion über ihre Netzwerke bringt ihnen Geld, also wollen sie mehr Leute dorthin verlagern. Und hier siehst du natürlich den Einfluss. Das Sicherheitselement können sie nicht modifizieren, aber sie können Entwickler beeinflussen, ihre Infrastruktur zu verwenden. Jetzt wissen wir also, wie wir Daten auf ein Terminal bekommen und auf ein Smartphone bekommen. Entschuldigung. Wir haben diese Daten auf dem Telefon und können also eine echte Karte simulieren, aber am Ende möchte ich meine Kreditkartendaten nicht irgendwie in irgendeiner Anwendung von irgendeinem App-Entwickler geschrieben rumliegen haben, vielleicht sogar von irgendwelchen Bankerleuten, Bankerleuten. Da gibt es noch eine weitere Sache. Es gibt Account Data Tokenization, also Tokenisierung. Man platziert sozusagen deine, man ersetzt deine Kreditkartennummer mit einem Token, mit derselben Länge wahrscheinlich, wegen Abwärtskomplikabilität und das kann dann sozusagen in deinen App-Daten gespeichert werden anstatt der Kreditkarteninformation. Also neue Funktionen, neue Mitspieler, den Token Service Provider, Anfrager, also das ist der Service, der sozusagen das Mapping zwischen deiner tatsächlichen Kartennummer und dem Token zusammenbastelt und das dann voneinander ineinander umwandelt und dann hat man den Token, bekämpfer den Token Anfrager, der dann neue Token vom Service Provider anfragt, neue Zeichen. Oder entsprechend fragt, ob er den Token Service Provider um Übersetzung fragt, von dem einen zum anderen und umgekehrt. Das passiert zum Glück in derselben Phase, in dem man auch HCE oder SE machen würde. Also man konvertiert die Kreditkartennummer in einen Token, bevor die Transaktion losgeht und dann sieht das hier so aus. Man hat das Telefon, das kennt die Kreditkarte, die man benutzen möchte. Das geht dann an den Token Anfrager, das könnte Apple oder Google sein zum Beispiel und sie fügen Informationen dazu, wo du bist, deine Kreditkartenhistorie, zum Beispiel von iTunes und dann sprechen sie mit einem Token Service Provider und geben dem die Kartennummer und die Informationen, wie sie dich kennen und die sprechen dann mit dem Bezahlungsnetzwerk und von dort geht es dann an den Aussteller und der Aussteller kann dann sagen, okay, dieser Account existiert, der ist gültig, das ist okay, wir können das als Token annehmen und das geht dann wieder hoch an den Token Anbieter und der speichert sozusagen deine Nummer, generiert das Token und gibt es weiter an den Requester an dein Telefon und dann hast du ein Telefon, was im Prinzip ein Token kennt, die Kreditkarte ist gar nicht wirklich wichtig, man kann einfach dieses Token für die Transaktionen verwenden. Okay, warum würdest du Tokenisierung benutzen? Ich meine, ja, okay, Sicherheitsvorteile, die Accountnummer ist nicht mehr benutzt, wird nicht mehr benutzt außerhalb der Bezahlungsnetzwerke und man kann natürlich den Rahmen dieser Token limitieren, also man kann zum Beispiel sagen, dieser Token wurde von Apple angefragt, das kann dann nur zum Beispiel über NFC passiert werden und andere Möglichkeiten kann man dann ausschließen, weil das Token nicht dafür gemacht war. Die Token können außerdem individuell zurückgerufen werden, also wenn man zum Beispiel zwei Geräte hat und man die Kreditkarte auf zwei Geräte lädt, dann wird das zwei verschiedene Token auf den unterschiedlichen Geräten bekommen. Also wenn dann ein Gerät kompromittiert wird, dann kannst du den einen Token zurücknehmen und den anderen nicht und die tatsächliche Kreditkartennummer ist dann nicht kompromittiert, weil das Gerät das nicht kennt. Das ist wie ein zusätzlicher Faktor, eine Zwei-Faktor- Autorisierung. Man kann das eine die ganze Zeit manipulieren, ohne das andere zu beeinflussen. Der andere Vorteil ist, du kannst diesen Token nicht nur für Bezahlung benutzen, sondern auch im Online-Handel, zum Beispiel bei Amazon, im Animation-Kontext verwenden. Okay, jetzt wissen wir also, wie wir ein Handy benutzen können, um eine Karte zu emulieren und auch wie das alles sicher macht. Aber jetzt wollen wir wissen, wie man Apple Pay und Android Pay, wie das funktioniert. Um es zusammenzufassen oder kurz zu halten, Apple Pay benutzt das sichere Element auf dem iPhone und hat zusätzlich noch die Account-Daten- Tokenisierung. Wenn man sich Android Pay anschaut, ist es ein bisschen einfacher, man hat nämlich kein Sicherheits-Element, weil es so viele Geräte gibt und deswegen müssen sie Hostcard-Emulierungen machen. Die haben aber auch die Account-Daten- Tokenisierung. Wenn man sich jetzt Transaktionen anschaut, was für Daten werden ausgetauscht? Nehmen wir mal an, wir haben schon die initialen Schritte gemacht, indem das Handy initialisiert wurde. Wir haben das Handy ans Terminal geladen, die Daten wurden gelesen und jetzt sind wir in der Online-Phase. Und statt dass wir die Kreditkartnummer haben, haben wir jetzt dieses Token und das Kryptprogramm, was speziell für diese Transaktion erstellt wurde. Das geht dann zu dem Acquirer. Und jetzt gibt es aber noch einen extra Schritt und zwar sieht er nämlich, dass es ein Token ist und zwar keine Kartennummer. Also wird er zuerst diesen Token-Manager fragen und fragt die, was er sehen, ob er bitte dieses Token in die Kartennummer besetzen kann. Und das passiert aber innerhalb von einem Kreditkarten-Netzwerk. Aber die Informationen im Netzwerk sind sowieso Klartext. Und jetzt weiß man also, das ist eine Visa-Karte, Visa-Transaktion und das gehört zu dieser zum Beispiel der Sparkasse in Berlin. Und dann werden diese Daten der Bank gegeben und die Bank kann dann ganz normal schauen, ob die Karte valide ist, ist genug Geld vorhanden, ist das Kryptprogramm valide. Sagen wir, okay, machen wir weiter. Und das ist, was ausmacht bei der, bei Apple Pay mit dem Secure Element und in diesem Szenario würden Google und Apple die Rolle spielen, würden keine Rolle spielen, sobald diese Daten-Elemente provisioniert sind und die sehen danach auch nicht mehr diese Account-Daten und Transaktionen. Okay, jetzt haben wir gesehen, Apple Pay, Android Pay. Die haben verschiedene Sicherheiten. Aber was kommt danach? Also, aber als erstes möchte ich in Deutschland erstmal in der Lage sein, Apple Pay zu benutzen, meine Freunde in Amerika benutzen es täglich und ich sitze einfach noch hier und kann vielleicht Google Pay benutzen. Aber wenn ihr euch umschaut, was für andere Dinge passieren. Es gibt sowas wie Issuer Grade, also ein Aussteller, ein wertiges HCE, die sagen, wir brauchen keinen Token-Manager, das können wir selber machen. Das mache ich mit meiner eigenen App und gebe das so den Kunden. Weil am Ende bin ich derjenige, der das verifiziert. Und das führt auch dazu, dass diese Aussteller Karten ausgeben können, die aber kartenlos sind, die nur deinem Handy die Karte emulieren lassen, ohne dass sie dir eine physische Karte zusenden. Normalerweise sind Banken da ein bisschen langsam, das voranzutreiben. Deswegen gibt es auch andere Spieler, die da schneller waren. Also es gibt neuere Arten, die die Karte und das Terminal komplett entfernen, was nur einen QR-Code verwendet und einen QR-Reeder auf dem Handy vom Händler. Und eine andere Sache. Also natürlich, das gute Alte bleibt immer gleich, aber dieses neue Netzwerk führt dazu, dass man seine Karte in Deutschland, in Spanien, in Amerika, in Island, überall verändern kann. Das wird sich nicht über Nacht verändern, weil einfach zu viele Spieler involviert sind und jeder hat sein eigenes Ziel. Also in den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich schon noch alternative Methoden sehen, aber wir werden immer noch Kreditkarten sehen. Genauso wie Handys die Karten emulieren. Um das zu beenden, möchte ich noch sagen, ich arbeite in dem Bereich und ich muss sagen, es ist ein ziemlich langsamer Prozess, der viel alten Code verwendet und das ist aber ein Platz für Leute, wirklich was zu verändern und zu verbessern. Und das ist, warum ich da in diesen Bereich reingekommen bin. Und damit möchte ich euch allen danken und danke. Okay, wer Fragen hat, stellt euch an die Mikrofone. Hier ist noch die Möglichkeit für Fragen. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Scheint nicht so zu sein. Okay, da gibt es Fragen. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ihr habt gesagt, dass der Tokenanforderungen Daten hat, wie die Kredithistorie und so was. Kannst du mal erklären, warum das nötig ist, wofür wird das verwendet? Ja, am Ende, diese Information, also wenn du zum Beispiel über Apple Pay redest, dann wird da ja eine Kombination verwendet. Apple hat eine Geschichte von, wenn du ein längerer Nutzer dieser Karte bist, wie verlässlich du bist, dann kann man das benutzen, um sicherzustellen, dass eine zweite Karte an die richtige Person ausgestellt wird. Das ist am Ende übrigens die wahrscheinlichste Angriffsvariante für Apple Pay, dass jemand deine Karte benutzt und eine zweite an seinem und nicht deinem Telefon verwendet. Diese Informationen stellen sicher, dass die richtige Person eine zweite Karte auf ihr Telefon anfragt, also sozusagen einen Fingerabdruck, oder keinen ganzer Fingerabdruck. Oder ich würde das so nicht sagen, es ist erst später so benutzt. Es geht erstmal darum, zu sammeln, was du in der Vergangenheit getan hast und wie wahrscheinlich ist es, dass du das getan hast, die Anfrage gestellt hast. Mikro 1. Gibt es einen Unterschied als Kunde, wenn man das Sicherheitselement benutzt oder nur die Hostcard-Emulierung? Also gibt es da einen anderen Maximalbetrag oder ist da ein weiterer Unterschied? Das kommt darauf an, was der Anbieter dieser HCE-Lösung anbietet. Eigentlich sind sie auf demselben Level, aber der, der einmal Schlüssel ausgibt, der könnte sie limitieren. Sie können zum Beispiel auch sagen, normalerweise kriegst du so viel Token, zum Beispiel 5 oder 10. Aber ja, wenn dein Telefon gut Zugriff hat und der kann darauf zugreifen, dann kann man das natürlich benutzen, um Transaktionen zu machen. Aber das ist begrenzt auf die, die man erhalten hat. Das ist, warum man die Token limitiert, die man überhaupt bekommt für HCE, weil sie nicht so geschützt sind, als ob man ein Sicherheitselement benutzt. Macht die Bank dann mich verantwortlich oder was ist denn da los? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die man von Fall zu Fall analysieren muss. Okay, Mikro 6. Was ist denn, wenn mehrere Karten innerhalb vom Funkbereich sind? Gibt es da eine Kollisionserkennung oder gibt es einfach einen Fehler oder passiert einfach nichts? Ja, das wird erkannt. Die Leute, die die kontaktlose Zahlung gefunden haben, die haben gesagt, okay, man präsentiert dann einfach eine Karte und dann kriegt man sozusagen eine Fehlermeldung. Hey, bitte zeigt nur eine Karte. Wahrscheinlich, um es leichter zu machen, herauszufinden, welche Karte man benutzen soll, anstatt eine Nutzer-Schnittstelle zu bieten. Also ich kann da nicht meinen ganzen Geldbeutel hinlegen. Das kannst du schon machen, aber dann wird es nicht funktionieren. Also wenn man zu dem Sicherheitselement geht, wo das provisioniert wird, könntest du da nochmal zurückgehen? Also die unteren beiden Zeilen, das ist doch einfach nur jemand, der die privaten Schlüssel hält. Der Aussteller gibt an den Trusted Service Manager was zurück und dann an dein Telefon. ist sozusagen ein standardisierter Block, der die privaten Schlüssel für den symmetrischen und asymmetrischen Schlüssel enthalten. Aber die sind verschüsselt, oder? Ja, irgendwie schon. Also vom Aussteller und Service Provider und dann von dort zum Telefon. Also da wird jetzt nicht irgendwie... Die haben geteilte Schlüssel, die das auf beiden Seiten verschüsseln. Also nur der Service Provider kann das machen? Ja, nur der Service Provider hat das Wissen darüber, wie... Und die Schlüssel, wie man im Secure Element Daten ändern kann. Und wer ist das? Im Fall von Apple Pay ist das Apple. Und in anderen Fällen? In den anderen Sachen weiß ich nicht, wo man Secure Element benutzt für kontaktlose Transaktionen. Und im HC-Fall haben wir diese Einheit nicht. Aber das könnte natürlich sein, wenn es eine traditionelle Kreditkarte ist, dann würde es Yumalto sein oder so. Also die Hersteller der tatsächlichen Karten, die man von der Bank geschickt bekommt. Und die Keys von dem Secure Element sind aber diversifiziert? Ja genau, es gibt nicht nur einen Anbieter, der alle hat, sondern es gibt mehrere Einheiten, die alle ihren eigenen Zugriff auf die eigenen Karten haben. Machen wir bitte weiter mit einer Internetfrage. Das Internet möchte wissen, sind die Codes statisch auf einem Gerät, die Codes, oder kann man die updaten, oder wie funktioniert das? Die Einmalschlüssel... Achso, Entschuldigung, wir reden über die Token. Wenn der Token erstmal ausgestellt wird, dann sind sie statisch. Bis man sagt, ich möchte eine andere Karte drauf machen. Selbst mit derselben Karte würde man wahrscheinlich einen neuen Token bekommen. Aber im Wesentlichen ist es statisch. Ja, es würde einen Vorteil haben, wenn man das regelmäßig ändert. Zum Beispiel Fingerabdruckmethoden zu entfernen. Aber ich glaube, der große Vorteil dieser Sache, das überhaupt zu haben, ist, dass man deine Kreditkartennummer verstecken kann. Das war der erste Gedanke dabei. Okay, Mikrofon 4. Du hast darüber geredet, du hast über Zahlungsnetzwerke wie Payment, wie Visa und Master geredet. Sind das die gleichen Netzwerke dafür, oder sind das ähnlich oder andere? Ja, die sind sehr ähnlich. Also die Karte hat den eigenen Kernel, der auf dem Termin laufen soll. Und man hat nicht dieses globale Bezahlungsnetzwerk. Man hat sozusagen ein lokales deutsches Netzwerk, was dann über unterschiedliche Serviceprovider verbunden ist. Aber das ist ungefähr das gleiche, der Ablauf ist ungefähr das gleiche. Mikrofon 5, bitte. Ich höre oft... Ich höre oft das Risikomanagement, der für die Kartenhersteller ganz wichtig ist. Und hast du da schon irgendwie Risiko gehört, dass wenn da irgendwie Sachen gestohlen wurden, Informationen gestohlen wurden, dass das was macht? Ich denke, das muss man unterscheiden. Es gibt Hersteller von Karten, Aussteller von Karten, insbesondere in Europa. Die sind sehr darauf bedacht, die Daten zu testen als Risikomanagement. Wenn IBM in den Starten angefangen hat, dann haben die die Daten einfach gar nicht überprüft und jede Transaktion wurde angenommen. Also ja, es passiert ab und zu. Aber wenn die Tests richtig implementiert sind, dann sollte das hartstatt schwer sein. Okay, Mikrofon 3. Hallo? Ich glaube, du hast vergessen zu erwähnen, dass es noch eine andere Alternative gibt. Man kann mit dem Handy bezahlen. Weil manche Banken geben auch NFC-Sticker aus, dass man die benutzen kann, wenn es keine Verbindung gibt. Ja, das stimmt, das geht. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die man benutzen kann. In dem Fall brauchst du noch nicht mal ein Telefon. Du kannst diesen Sticker überall draufkleben. Und ja, das ist sozusagen wie so ein Schlüssel, dass man mit sich rumdreht. Das funktioniert auch. Das hat auch schon in Deutschland funktioniert, wurde probiert. Die Netzwerkbetreiber haben das probiert. Aber es hat keine kritische Masse erreicht und es ist nie groß geworden. Und vermutlich ist das jetzt der nächste Versuch, das dann in die Masse zu bekommen. In Slowenien wird es von der Bank ausgestellt und man kann das benutzen. Ja, das ist dann einfach eine Alternative zu den tatsächlichen Kreditkarten. Okay, Mikrofon 1. Also als ich meine letzte Karte bekommen habe, vor ein paar Jahren, vor dem ersten Mal, wo ich wirklich kontaktlos bezahlen konnte, da konnte ich nicht mit der Karte bezahlen, ich musste die transferieren. Gibt es da einen technischen Grund? Ich glaube nicht. Ich denke, das ist nur ein Test, ob alles okay ist und ob das Konto tatsächlich verfügbar ist. Andernfalls könntest du diese Karte zum Beispiel unterhalb der zahlungslosen Karten benutzen, ohne jeden Pin und so. Ich glaube, das ist einfach nur so wahr. Es gibt keinen technischen Grund dafür. Mikrofon 6, bitte. Bei der Hostcard-Emulation, wie limitieren die die Schlüssel? Wird das automatisch gemacht oder braucht man eine Card-Towder? Das passiert normalerweise hinter der Tür. Du als Nutzer des Smartphones kriegst davon quasi gar nichts mit. Das passiert asynchron im Hintergrund und immer dann, wenn das Telefon die Anwendung sieht, dass sie keine Schlüssel mehr hat, dann fragt sie neue an. Mikrofon 2, bitte. Hi. Könntest du noch mal erklären, warum die Banken so darauf beharren, dass man die Hostcard-Emulation benutzt statt die Sicherheits-Enklave? Ich verstehe, warum Google das benutzt, aber warum denn die Banken? Die sind doch ziemlich mächtig und könnten das einfach so zwingen. Warum machen sie das nicht? Von dem, was ich verstanden habe, ja. Die Banken könnten mehr Druck drauf machen, aber du willst ja auch Hersteller haben, die das unterstützen. Und wenn du zum Beispiel Android anguckst, da gibt es verschiedene Hersteller. Vielleicht gibt es einen Hersteller, der dann Sicherheits-Elemente an das Telefon ranbaut, aber du willst es ja auch in Märkten verkaufen und in Deutschland hilft mir das nicht, wenn chinesische Hersteller das in ihr Smartphone integrieren. Und ich weiß auch nicht genau, wie sehr ich so etwas vertrauen würde. Das Sicherheitselement hat dieselben Möglichkeiten wie so eine Karte. Also man braucht eine vertrauenswürdige Entität. Das ist, warum die Aussteller mehr auf HostGuard-Emulierung basiert sind oder konzentriert sind. Dann haben sie nicht so viele Anforderungen an irgendwelche Hersteller, die irgendwelche Sachen dazufügen müssen. Wenn du dann irgendwie Android 4 Plus hast, dann bist du schon dabei. Gibt es noch Fragen aus dem Internet? Nein. Dann bitte Mikrofon 4. Danke für den tollen Vortrag. Ich frage mich, ob es Verantwortungsunterschiede gibt mit den neuen Abläufen. Also wer am Ende verantwortlich ist. Also mit dem Sicherheitselement oder der HostGuard-Emulation. Wer ist am Ende verantwortlich, wenn da Betrug betrieben wird? Es gibt ja jetzt auch neue Mitspieler, zum Beispiel diesen Trusted Service Provider, der die Crypto-Keys hat dafür und so weiter. Ja. Also gesamt genommen ändert sich da gar nichts. Es ist wie, wenn du eine Gerätkarte benutzen würdest. Ja, da ist jemand, der kann irgendwie Daten in dein Secure-Element reinpacken. Aber das ist nicht anders als in der Vergangenheit. Auch bei deiner physikalischen Karte. Da mussten auch Zertifikate rein oder wie auch immer du das nennen möchtest. Die Anforderungen waren da auch schon da, wenn es darum ging, deine Daten zu sichern. Also am Ende ist es die gleiche Verbindlichkeit wie davor. Du bist davon geschützt, außer wenn du einen Pin benutzt. Aber am Ende kommt es auf die Bank an. Die Bank wird das mit dir regeln. Kurze Frage. Gibt es so etwas wie eine offline kontaktlose Zahlung und wie verbreitet es? Technisch ist das möglich. Man kann es benutzen. Aber das schiebt dann wirklich die Verantwortungen. Dann ignorierst du das Ergebnis der Transaktion. Du akzeptierst es einfach. Und du musst unterscheiden zwischen den Fällen, wo man sagt, okay, ich möchte definitiv strikt im Offline-Bereich arbeiten. Und dann muss man die Transaktion beweisen. Und heutzutage werden ungefähr alle Länder, mit denen ich gearbeitet habe, gibt es dieses Limit, wann man online gehen muss für eine Transaktion. Und das ist eigentlich immer bei Null. Also jede Transaktion ist online autorisiert. Okay, Mikrofon 5, bitte. Ich glaube, da ist noch jemand. Hi. Wie funktioniert die PIN-Verifikation? Und wie ist es anders als bei einer Chip-Transaktion? Okay, wenn wir auf eine Chip-Transaktion angucken, dann haben wir drei Möglichkeiten, einen PIN zu verifizieren. Man kann das offline testen, nur zwischen dem Terminal und der Karte. Die haben zwei Möglichkeiten, das zu verschlüssen oder im Klartext zu machen. Das ist, wie der Terminal mit der Karte kommuniziert und den PIN verifiziert. Und dann gibt es die dritte Option, Online-PIN. Da wird der PIN auf dem Terminal verschlüsselt und dann mit der Autorisierung an die Bank geschickt und die Bank überprüft den. Und wenn wir über kontaktlose Zahlungen bezahlen, dann gibt es nur die dritte Option. Also wenn du einen PIN benutzt, dann geht der immer an den Aussteller der Karte, um das zu testen, weil es keine Karte mehr gibt, mit der man das offline verifizieren kann. Mikrofon 3, bitte. Meine Frage ist, wo Deutschland? Die Banken tun sich da irgendwie schwer, das zu akzeptieren und zu unterstützen. Und der Grund sieht so aus, als müssen sie einen Teil der Gebühren abgeben. Meine Frage ist also, woher weiß Apple über die Transaktion und welche Daten erhält Apple, wenn ich was bezahle? Also ich will nicht, dass die da was drüber wissen. Ja, das stimmt. Am Ende sind sie das auch nicht. Also um Apple Pay benutzen zu können, muss dein Aussteller, also Hersteller in diesem System teilnehmen, eine Karte auszustellen. Das bedeutet auch, dass sie eine Vereinbarung eingeben, dass ein gewisser Anteil dieser Transaktionen an Apple ausgezahlt wird und das passiert sozusagen unabhängig von den einzelnen Transaktionen. Die Hersteller geben dann sozusagen Informationen raus, wie viel sie erhalten haben. Aber es gibt keine direkte Informationsweitergabe für jede einzelne Transaktion und dann kriegt Apple da ein bisschen was. Das ist sozusagen ein Vertrag mit Vertrauen zwischen dem Aussteller der Karte und Apple. Mikrofon 1 bitte. Ich habe auch Angst um die Privatsphäre. Ist das irgendwie anders bei Android Pay? Kriegen die die Transaktionsdaten? Das ist ähnlich. Da gibt es auch Google kriegt keine Transaktionsdaten. Die haben dieselben Zugriffe wie solcher Transaktionen. Aber nachdem man das Tokenisieren angewandt hat, dann hat man einfach die Accountnummer. Also theoretisch könnten sie mehr machen. Aber ich weiß nicht 100% was sie genau speichern und was sie als Transaktionen weiterleiten. Aber ich würde erwarten, dass es gleich sehr ähnlich ist wie Apple und das ist ein sehr sensibles Thema. Und wenn da was schiefläuft, dann würde das große Wellen schlagen. Okay, die Zeit ist fast um. Eine Frage gibt es glaube ich noch. Mikrofon 4. Hallo, danke für den Talk. Aber ich glaube, du hast was vergessen. Okay. Vielleicht habe ich es auch verpasst, aber du hast nie Number 26 erwähnt mit den QR-Codes. Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich ähnlich zu den alternativen Zahlungsmethoden, welche ich angebracht habe. Das ist eine Möglichkeit, wo du keine Karte mehr hast. Du nimmst einfach dein Telefon und das zeigt ein QR-Code an und das Kassensystem scannt das dann und das beinhaltet dann die Informationen, die Transaktionen zu machen. Ja, du hast recht, das ist eine mögliche Sache, das zu machen, zum Beispiel in Deutschland. Aber ich wollte den Fokus darauf legen, einen Klon der Karte oder Kartenzahlung mit dem Smartphone zu machen, anstatt die üblichen normalen Kreditkarten zu benutzen. Deswegen habe ich darüber mehr geredet. Okay, vielen Dank Simon. Sorry nochmal für die Verspätung. Vielen Dank. Vielen Dank.